Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 551. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin. Grüezi. Und der Dennis. Ja, servus, hallo. Ja, mal sehen, ob wir, wenn wir gleich über dieses Frankfurt-Spiel vom Wochenende vielleicht kurz sprechen, ob dann die Laude von Marvin noch so groß ist wie bei der Begrüßung gerade eben. Mal gucken. Mindestens. Mindestens, wenn nicht sogar noch größer. Ja, genau. Bevor wir dazu kommen, aber natürlich wie immer am Anfang ein bisschen Hausmitteilung, denn ihr wisst es schon, liebe Hörerinnen und Hörer, die uns regelmäßig hören, denn ihr könnt uns unterstützen, damit wir hier Woche für Woche uns, wie man es leider momentan sagen muss, so ein bisschen durch die Besprechung dieser Eintracht-Spiele quälen, weil es ist teilweise schon, es verlangt einem reichlich Motivation ab, über diese Spiele zu sprechen. Warum und warum die klassische Frankfurter Hoffnung hier diese Woche mal wieder nicht zum Tragen gekommen ist, dazu gleich mehr. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut doch bitte mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite, da findet ihr alle Infos. Und ansonsten freuen wir uns auch wie immer über Weiterempfehlungen und die vielen Kommentare, die ihr auch da lasst. Vor allen Dingen gerade, weil ihr noch bis einschließlich nächste Woche Montag die Möglichkeit habt, ein von drei Panini-Albensets zu gewinnen, bestehend aus dem 125 Jahre Eintracht-Sticker-Album und einer Box mit 50 Päckchen mit Stickern. Schreibt dazu einfach einen Kommentar mit dem Hashtag Panini und eurer schönsten Erinnerung an eins der Panini-Alben, die ihr vielleicht hattet. Und da waren auch einige dabei, Marvin, habe ich gesehen, die ähnlich wie du auch mit Wrestling-Alben unterwegs waren. Also du bist da bei weitem nicht allein. Das war früher tatsächlich gar nicht so selten. Freue ich mich. Grüße alle. Genau. Also sind ein paar schöne Dinger dabei. Wir werden sicherlich das eine oder andere dann nächste Woche auch herauspicken, wenn ihr ein bisschen Orientierung braucht, was man da vielleicht schreiben könnte oder wie man das formulieren kann, dann sucht doch einfach auf den gängigen Social Media mal nach Hashtag Panini, da dürftet ihr das auch finden. Teilnehmenschluss ist der 13.5. Wir werden es in der Sendung nächste Woche auslosen. Und ja, wenn ihr kein Glück habt oder einfach sagt, ich kann nicht warten, ich brauche jetzt eins von den Alben, dann findet ihr das, so wurde mir die Info zugetragen, in so ziemlich allen Einzelhandelsmöglichkeiten in Hessen. Und wenn ihr ähnlich wie ich nicht in Hessen sitzt, dann könnt ihr mal auf panini.de vorbeischauen. Ich packe den Link aber auch in die Shownotes. Dann könnt ihr da sowohl das Album als auch Sticker-Sets bestellen. Und dann kommt ihr das nach Hause geliefert. Und dann könnt ihr ähnlich wie ich am Sonntag in der Halbzeitpause, um mich ein bisschen von diesem doch teils konfusen Spiel abzulenken, einfach mal in der Halbzeitpause so einen Panini-Sticker einkleben. War in der Tat sehr beruhigend. Hat mir dann aber auch irgendwie in der zweiten Halbzeit nichts mehr gebracht. Muss man leider sagen. Ja, ich glaube, so in Gänze brauchen wir dieses Spiel nicht zu besprechen. Wir sind letzte Woche mit viel Hoffnung da reingegangen, haben gedacht, wenn einer Leverkusen vielleicht hier auch mit der Vorgeschichte irgendwie Punkte abbringen kann, dann könnte es die Eintracht sein. Am Ende verliert die Eintracht zu Hause gegen Leverkusen 5 zu 1. Ein durchaus hohes Ergebnis und wahrscheinlich auch gerade mit Blick auf unsere doch vielleicht mehr als befürchtet benötigte Tor-Differenz. Danke. Natürlich irgendwie unschön, aber jetzt auch, wenn man gegen Leverkusen spielt, jetzt auch nicht so komplett unerwartet, zumindest auch nicht so unerwartet, wie es der ein oder andere Verantwortliche nach dem Spiel irgendwie dargestellt hat. Oder Marvin, wie siehst du das? Nein, das war nicht unerwartet. Aber natürlich bin ich so naiv und freue mich und denke, naja, vielleicht ist ja heute der Tag. Am Donnerstag haben wir uns ja darüber unterhalten. Da war uns klar, Xabi Alonso nicht auf der Trainerbank. Da haben wir gedacht, okay, vielleicht geht da ein bisschen was, vielleicht rotieren. So haben sie auch gemacht. Grimaldi gar nicht gespielt. Da denkst du, okay, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, wird es auch nicht im Kader. Wird es? Oh, krass, fehlt auch. Na gut, das sieht doch mal ganz gut aus. Aber es ist halt die Realität, die Realität geworden. Und zwar, dass Bayer Leverkusen keine B-Mannschaft hat in dem Sinne. Die haben Spieler, die reinkommen, die kommen aber in ein funktionierendes Gerüst. Und dann hast du Spieler wie Chaka, die einfach auch auf einem verdammt anderen Niveau sind. Und dann gibt es trotzdem, wir werden gleich in der Einzelheit darüber sprechen, diese lodernde Flamme, die kurz aufleuchtet. Aber am Ende musst du ja dann trotzdem rausgehen und sagen, okay, das war eher ein Klassenunterschied. Das war definitiv nicht so, als wäre hier irgendwas wirklich eng geworden. Aber wenn ich sage eng, dann müssen wir uns trotzdem darüber unterhalten, dass es ein paar Minuten gab, nach dem 1 zu 1, wo ich gedacht habe, okay, das könnte ja trotzdem gelingen. Und diese Situation nach dem 1 zu 1, nachdem du es endlich geschafft hast, nach einer Eckball-Situation mal wieder ein Tor zu kreieren. Das ist der absolute Wahnsinn. Sechste Saisonvorlage schon für Faris Ceibi, der ein echt cooles Spiel gemacht hat im Rahmen seiner Möglichkeiten. Auf Iketike, der den Ball mit dem Kopf einnetzt, tritt das Saisontor hintereinander, kommt für sich langsam rein. Und danach ging es rund. Danach war eine Offensivaktionswelle, die jetzt natürlich nicht komplett geisteskrank war, aber schon wurde deutlich gemerkt, dass es der Eindruck gerade drauf und dran ist. Und dann die Riesenchance zum vielleicht gameverändernden Ding. Alter. Das war wirklich heftig. Iketike auf Mamouche. Extrem gefährliche Situation, die du dir erspielt hast. Und dann steht er vor Radenski und leider, leider trifft Mamouche alles, nur das Tor nicht. In dem Ding hat er im wahrsten Sinne des Wortes den Vogel abgeschossen, weil der Ball ging so hoch, dass er da wahrscheinlich einen getroffen hat. Da hat er zu viel Zeit gehabt zum Nachdenken, hatte man das Gefühl auf jeden Fall. Marvin, aber schön, dass du wenigstens das Positive schon mal sehr gut rausgearbeitet hast. Bei der Standard, du hast ja wirklich das Gefühl gehabt, wow, das war mal was Einstudiertes, was wirklich mal funktioniert hat. Wie lange haben wir danach geschrien und gebettelt, kann nicht mal endlich mal was Gefährliches bei rumkommen? Es sah richtig gut aus, hat mir richtig gut gefallen. Und dann hast du tatsächlich auch so dieses, ja, die Stimmung war auf einmal sehr gut. Auch bei Marvin, wir haben uns ja auch im Blog gesehen und hast ja richtig gemerkt, wie auf einmal auch die Fans wieder motiviert waren. Jawohl, geil, jetzt geht's voran. Dann hast du diesen Downer mit der Situation Mamouche und dann natürlich auch noch das Gegentor kurz vor der Halbzeit. Also das ist natürlich dann schon eine bittere Nummer gewesen, wo, ja, wie sagt man es so schön? Es ist einfach schade, dass wir so wenig Stückwerk mit, auch dann noch über die individuellen Fehler sprechen wir vielleicht gleich nochmal, dass das ja auch wieder typisch war, dass sobald du auch aus der zweiten Halbzeit kamst, ja auch zurück, hast ein bisschen noch Feuer gehabt und dann versaust es dir halt dann komplett durch so Einzelaktionen, die, ja, unnötig ist da, glaube ich, mittlerweile, man versteht es auch nicht, ne? Also Spieler laufen aus dem Strafraum raus und werden festgehalten, das ist sowas, wo du sagst, oh Gott, haben die die Grundtugenden vom Fußball teilweise vergessen, merkst du einfach die Verunsicherung in der kompletten Mannschaft. Das merke ich mal, finde ich dann. Was mich halt am meisten irgendwie in diesem Spiel geärgert hat, sind, glaube ich, noch nicht mal diese individuellen Fehler, die sind nervig, aber auch irgendwie, ja, die kann ich noch so ein Stück weit akzeptieren, wobei es in der Häufung auch schon langsam echt schwer wird, aber es war halt erneut, ähnlich wie das Spiel gegen Bayern München, so eine Situation, wo du eigentlich gemerkt hast, dass der Gegner jetzt keinen wirklichen Bock hat, da irgendwie Vollgas zu gehen, ähnlich wie war gegen München, ja, zumindest zeitweise. Boah, fand ich nicht, ich muss schon sagen, ganz ehrlich, hattest du die Möglichkeit, da glaube ich jetzt auch, dass sie gesagt hätten, von wegen, okay, wir gehen jetzt hier nicht komplett all in, sie wollen vielleicht nicht verlieren, weil sie schon einfach Bock hätten oder nach wie vor Bock haben, gerade auch, weil ja die zweite Mannschaft dann auch da war, diese ungeschlagene Saison dann doch irgendwie auf dieses Papier zu bringen, aber ich glaube nicht, dass die jetzt auch komplett all in gegangen wären, du hättest da einen Punkt mitnehmen können, locker. Hättest du, wenn du die Kaffee zur Härte gebracht hättest, Marvin, oder? Ja, ehrlich gesagt, sehe ich das anders. Bei Bayern hast du es deutlich gemerkt, dafür stimme ich dir zu, aber gegen Bayer Leverkusen, da war eine Spielfreude, die war ganz anders, die hätten auch teilweise noch mehr Tore erschießen können, nicht erschießen, so wo niemand erschossen hier wird, aber ich finde schon, natürlich waren die effizient, ja, aber trotzdem muss ich sagen, ich habe da ein anderes gemerkt als bei Bayern, also wir haben es den extrem leicht gemacht, spätestens beim 3- und 5-1, aber auch so, also ich muss sagen, das sehe ich tatsächlich anders, also die sind auch gefährlich und wer weiß, auch selbst wenn wir es 2-1 gemacht haben, das hätte was verändern können, aber das heißt auch nicht, dass wir das Spiel dann gewonnen hätten, da bin ich auch nicht sicher, also da muss ich ein bisschen einhalten. Gewinnen glaube ich auch nicht, aber ich glaube schon, dass du am Ende einen Punkt hättest einfacher mitnehmen können, als es anderweitig gewesen wäre. Ja, dafür musst du aber genau das abstellen, sorry dann, das reden wir ja nicht. Ja, nee, bin ich voll bei euch und ich weiß auch, ich weiß, was René meint und ich verstehe auch Marvin dich voll und ganz, weil die Klasse ist einfach da, nur zum 1-0 hat man ja auch gesehen, eigentlich erst mal halb aus dem Nichts, dann dieser Ball von Chaka da von hinten, ideal getroffen, super Tor, die Qualität ist definitiv da, ich denke aber, was René vielleicht auch meint, ist, Ritt Leverkusen, wenn du mit einer ordentlichen Härte in dieses Spiel gegangen wärst, denn keiner wollte sich da verletzen, die haben ja rotiert, die sind auch dem Ball nicht so nachgegangen, wir haben es denen viel zu einfach gemacht, genau, das ist nämlich der Punkt, den ihr sagt, die konnten den Ball hin und her spielen, die konnten es rausspielen, normalerweise hättest du denen ständig auf den Füßen stehen müssen, dann haben die auch nach dem zweiten, dritten, ich sage jetzt mal, nicht hartem Foul, aber zumindest Achtung bis hierhin und nicht weiter, dann kommen auch Fehler rein, aber so weit sind wir gar nicht gekommen, das war definitiv, ich denke, dass Leverkusen hier nicht bis ans Limit schon gar nicht gegangen ist und sie vielleicht schlagbar gewesen wären, aber dafür hättest du viel mehr noch auf diese, ja, wirklich auf die Härte gehen müssen, denn das war das, keiner will sich da verletzen vor so einem wichtigen Spiel wie jetzt am Donnerstag bei denen, auch für den Schlussspurt, dementsprechend, das hat mir ein bisschen gefehlt, die Würze, dieses nah am Mann stehen, es war einfach denen sehr viel, viel zu einfach gemacht, so war zumindest mein Blick, dass die natürlich nicht so die Lustlosigkeit wie die Bayern an den Tag gelegt haben, dort bin ich bei Marvin, das habe ich jetzt auch nicht gesehen und trotzdem eine Chance hätten wir gehabt, wenn wir einfach erstens natürlich die Chancen, die wir uns erspielt haben und das Feuer ein bisschen mehr in Effizienz umgemünzt hätten, auf der anderen Seite aber auch noch härter, noch ein bisschen mehr denen auf den Füßen gestanden hätten, so haben wir es denen halt auch zu einfach dann gemacht. Ja, wir haben sie definitiv eingeladen nachher im Verlaufe des Spiels, wir haben ihnen auch geholfen irgendwie Chancen zu kreieren, wo sie wahrscheinlich von sich aus, war das das gerade eben bei dem 3-1, von sich aus direkt keine Chance daraus gemacht hätten, da haben wir ihnen auch irgendwie aufs Pferd geholfen. Das stimmt, was aber tatsächlich schon eigentlich für mich schon deutlich, also wirklich für mich schon besser war, auch wenn das in Nuancen sind, aber ich fand schon, dass wir, Dennis, du hast ja eben gerade gesagt, aggressiver gegen den Ball, gegen die Mitspieler gehen und das haben wir tatsächlich immer mal wieder Nuancenhaft. Ein bisschen hast du es gesehen, ja. Das ist ja das, was mir fehlt und dann kannst du auch Situationen, wie soll ich sagen, erkämpfen ein Stück weit und das hat ja doch dazu geführt, dass wir dann trotzdem auch beim 1-3 immer noch unsere Möglichkeiten bekommen haben, aber es ist halt trotzdem so, dann hast du ein, zwei gute Möglichkeiten, der Eintracht hat ja auch ein deutliches Chancenplus gehabt im Vergleich zu Leverkusen, also das Offensivspiel war okay in gewissen Art und Weisen, aber all das bringt ja am Ende trotzdem überhaupt nichts, wenn du so viele extrem bisschen dumme Fehler machst und die können wir auch nicht die ganze Zeit kleinreden, weil es sind sehr, sehr viele. Es ist sowohl in Kunku als auch Knauf, Knauf zählt halt vielleicht nicht ganz so wild, weil in Kunku war das eine entscheidendere Situation, trotzdem ist es dumm, in der Woche zuvor war es Koch, Kevin Trapp hält aktuell kaum noch einen Ball, der jetzt irgendwie, also der wirklich mal ein bisschen weniger haltbar ist, also das muss man auch sagen, auch der kommt nicht an seinen Leistungsniveau und dann ist es cool, dass die Eintracht gerade in Sachen Attacke, ich habe nochmal nachgeguckt, da gibt es dieses Attack-Momentum, was mir da zumindest ein bisschen recht gibt, dass die Eintracht schon krasser gegen den Mann gegangen ist. Gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir da deutliches Übergewicht, aber auch das, das ist tatsächlich so, dass die das vor kleinere Probleme stellt, aber nicht vor große, weil es halt Leverkusen ist, aber all das funktioniert halt nicht zu einem Punktgewinn, wenn du so viele Fehler machst und im Endeffekt sehr, sehr viele auch nicht an ihr Leistungsnormalniveau kommen und das ist halt, bleibt das Problem, das bleibt das Riesenproblem. Ja, fällt mir jetzt spontan nicht viel dazu ein, weil ja, das ist das Hauptproblem und die Frage ist halt, was können wir jetzt tun, wie können wir diese Situation abstellen, weil wir haben jetzt noch zwei Spiele, es ist Wahnsinn, dass trotz dessen, dass wir 5-1 gegen Leverkusen verloren haben, das eigentlich an der Tabellenplatzierung nichts geändert hat, weil auch die Konkurrenz es nicht geschafft hat, in irgendeiner Art und Weise näher an diesen, an diesen Platz 6 irgendwie ranzukommen. Also man kann es ja schon eigentlich nicht mehr mit Schneckenrennen vergleichen, weil Rennen würde ja immer noch davon ausgehen, dass sich irgendwas bewegt, aber das ist ja eher, das ist ja wie so eine Stehparty, wo jeder irgendwie Angst hat, den Schluck Bier aus seiner Flasche auszudrinken, weil er ganz genau weiß, dann ist er derjenige, der als nächstes Getränke holen gehen muss. Also da bewegt sich ja nichts. Das Einzige, was es halt wirklich jetzt blöd ist, ist für das Torverhältnis, dass wir jetzt nur noch ein positives Torverhältnis mit plus eins haben, aber ansonsten an der Tabellenplatzierung hat es halt einfach nichts geändert. Es ist maximal absurd. Nee, genau. Und wenn nicht alles total beschissen läuft, wird es wahrscheinlich sogar noch so weitergehen, dass sich das nicht so wirklich ändert. Das ist absurd. Aber das ist tatsächlich noch nicht unser Fehler, ne? Wenn die Liga so beschissen ist, kommen wir ja nichts ab. Ja, natürlich. Ich werde mich jetzt nicht beschweren, wenn wir am Ende irgendwie Platz 6 bekommen. Ich habe halt nur, und da haben wir in der Vorbesprechung gerade eben schon kurz drüber gesprochen, Marvin, so ein bisschen Angst, dass dieses Pflaster internationaler Wettbewerb dann über all das, was jetzt einfach maximal Grütze gelaufen ist und anders, da kann man es halt wirklich nicht formulieren, also höchstens noch drastischer. Dass das so ein bisschen halt darüber hinwegtäuscht und man am Ende dann versuchen wird, kommunikativ die Saison als gute Saison zu verkaufen, weil man ja am Ende das internationale Geschäft erreicht hat, was man... Und das ist das ganz Schlimme. Das darf niemals passieren, weil du musst wirklich gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und es gibt viele Sachen, die nicht funktioniert haben und die Situation ist natürlich insofern mega komplex, dass natürlich jetzt rein das Management wird viele Argumente auf seiner Seite haben, wenn du in den Europacup kommst sogar direkt. Dass das halt damit zusammenhängt, weil gerade einige Mannschaften extrem gut performen, wie Leverkusen, wie die Bayern, wie auch Dortmund international. Damit hängt das ja zum großen Teil zusammen und nicht an unserer Stärke. Und das muss man erstmal so mitnehmen und das muss man sehen. Und das hängt an der massiven Schwäche auch der anderen Teilnehmer zusammen, die da weiter unten sind. Aber du darfst niemals in diesen Kaschiermodus kommen. Und es wird auch Aufgabe der Sportjournalie in Frankfurt sein, da den Finger in die Wunde zu legen, weil genau das wird tatsächlich gemacht. Ich kann mir vorstellen, es gibt ja mehrere unterschiedliche Szenarien. Es gibt natürlich das Szenario, dass du ja sagst, wir sind in den Europacup gekommen, wir müssen jetzt einfach abwarten. Die Spieler haben jetzt ihre erste Saison gemacht und in der zweiten wird es besser. Das kann passieren. Das ist absolut wahrscheinlich. Wo du dann sagst, okay, wir wollen auch dem Trainer nochmal die Möglichkeit geben. Das war auch für ihn eine schwierige Saison. Trotzdem hat er uns endlich, er hat uns direkt nach Europa gebracht. Das haben auch nicht alle Tränen dazu vorgeschafft. Also diese Argumentationsmuster stehen eigentlich, sind eigentlich gerade auf der Hand, liegen schon auf der Hand. Aber es kann natürlich auch der ehrliche Modus sein. Du sagst, okay, wir waren spielerisch aber komplett arm. Wir sind sau früh im Europacup rausgeflogen, in der Conference League rausgeflogen, nach erbärmlichen Leistungen. Wir sind sau früh im DFB-Pokal nach peinlichen Leistungen rausgeflogen, weil es war eigentlich die Chance, da richtig was zu reißen. Und auch in der Bundesliga haben wir ja, okay, Punkte geholt, aber trotzdem spielerisch war das extrem unansehnlich und hat auch Teile der Fangemeinschaft im Frankfurter Waldstadion bei klarer Weise gestiegener Erwartungshaltung halt nicht zufriedengestellt. Das sind halt die unterschiedlichen Wege. Das heißt nicht, dass ich eine Lösung hier vorzeichne, aber ich plädiere für einen ehrlichen Blick. Und der ehrliche Blick, der muss der Letztere sein in meinen Augen. Ja, definitiv. Also du musst halt wirklich eine schonungslose Analyse machen und da halt auch wirklich alle Sachen irgendwie in Betracht ziehen und nicht immer nur irgendwie einseitig und auch nicht irgendwie jetzt versuchen, das am Ende des Tages schönzureden, weil da muss ich halt schon für die nächste Saison, gerade wenn wir jetzt wirklich wieder in drei Wettbewerben im nächsten Jahr spielen, dann muss ich da irgendwas tun, weil nochmal so eine Nummer wirst du nicht irgendwie hinkriegen. Und im besten Fall ist dann halt nicht, also passiert nicht viel in Anführungszeichen, aber dann hast du halt auch wieder eine komplette Saison irgendwie verbracht und hast halt irgendwie keinerlei Entwicklungen drin. Das stimmt, aber du hast natürlich auch so ein paar unerklärliche Dinge drin, wie die Warum kam Skiri nie mehr ansatzweise auch nur an die Form vor dem Afrika Cup? Was ist mit Götze? Da ist ja sowieso vielleicht auch so eine Personalienfrage, inwieweit er dann zur weiterhin dann auch nächstes Jahr bei uns und in welcher Rolle er das macht. Denn die Rolle, die ich oder mir erhofft habe und ich denke auch sicherlich einige andere, die konnte er ja bei weitem und über ganz große Teile der Saison nicht erfüllen. Das heißt, irgendwo ist der Platz. Vielleicht gehört auch das zu der Analyse und zur Einschätzung mit dazu. Ist diese Rolle, in der man Mario Götze und vielleicht auch in Elias Giri gesehen hat, sind es überhaupt die richtigen Spieler dafür oder hätte es dafür noch andere Charaktere gebraucht? Gehört, gehört auf jeden Fall dazu. Die Frage ist ja immer, das ist, Marvin hat sehr gut gesagt, auch für so teilweise gestanden. Also es sind ja viele Spieler auch dabei, wo du merkst, okay, die sind jetzt eine Saison bei uns. Wie viel Zeit gibst du denen? Gibst du denn jetzt sozusagen die Lorbeeren zu sagen, okay, im nächsten Jahr, ihr seid auf jeden Fall dabei, wir machen punktuell. Theoretisch könntest du aber auch sagen, okay, Umbruch. Also ich will das gar nicht, wie Marvin hat es richtig gesagt, wir können es eh nicht vorwegnehmen. Jetzt die letzten Spiele müssen wir auf die Zähne beißen und gucken, rette diesen sechsten Platz. Denn das bietet dir natürlich auch ganz andere Möglichkeiten in der neuen Saison, als wenn wir da jetzt wirklich noch das vertändeln, das wäre nicht nur ärgerlich, sondern ich glaube auch für die weitere Entwicklung, ja, wird uns auf jeden Fall vor größere Herausforderungen stellen. Und dementsprechend hoffen wir jetzt einfach, dass wir den sechsten Platz halten und dann muss aufgeräumt werden. Nur die Frage ist natürlich, ist es, und das denke ich, es ist nicht so einfach schwarz-weiß, dass du sagen kannst, okay, die zwei Sachen musst du ändern und dann funktioniert es, sondern es sind ganz viele Sachen, wo wir ja die ganze Runde drüber gesprochen haben. Wie kann das sein? Was ist hier los? Warum gibt es diese Unmassen an individuellen Fehlern? Was ist da los? Richtig. Die Frage ist halt wirklich, was kannst du jetzt wirklich short notice tun, um da jetzt einfach diesen sechsten Platz zu halten? Das muss jetzt, da haben wir letzte Woche schon gesagt, das muss jetzt die oberste Priorität sein. Und da wird es halt jetzt irgendwie schwierig, weil du kannst jetzt nicht irgendwie morgen früh auf den Knopf drücken und dann sind die individuellen Fehler dann irgendwie weg. Du kannst jetzt auch nicht irgendwie zwei Spieltage vor Schluss, gerade auch wenn die Mannschaft jetzt gefühlt dann auch zwischendrin immer diese großen Phasen der Verunsicherung hat, jetzt irgendwie sagen, wir wechseln das System. Also meiner Meinung nach kannst du es zumindest nicht, weil das dann auch wieder zur Verunsicherung führt. Würde keinen Sinn machen. Du hast dann auch gar keine Zeit, dann da irgendwie irgendwas einzuarbeiten, einzustudieren, whatever. Marvin, hilf mir. Was können wir tun? Was kann Dino Topmöller tun, damit wir diesen sechsten Platz in diesen letzten zwei Spielen noch irgendwie jetzt einfach festmachen? Es ist tatsächlich absurd, aber du musst jetzt an dem Positiven arbeiten. Du musst an dem, was du gesehen hast bei dem Spiel. Und wir haben natürlich eine sehr emotional gefärbte Bewertung, aber es gibt tatsächlich auch diese positiven Aspekte. Dieses 1 zu 5 klingt krass und es war nicht gut. Und Koko, muss man sagen, hat kein gutes Spiel gemacht. Das ist drin, das passiert. Tutor war ebenso scheiße. Auch ein Koch hat Zweitungsaktionen gehabt, das hat mir ganz gut gefallen. Und Pacho war auch schwächer. Also sehr, sehr viele in dieser ganzen Mannschaftskonstellation haben alle leider nicht performt. Und trotzdem haben wir in der Offensive immerhin 17 Tormöglichkeiten gehabt. Und wir haben einigermaßen uns in Teilen sogar auch ganz gut nach vorne kombiniert. Das ist jetzt alles keine Blaupause dafür, dass alles super gelaufen ist. Aber ich glaube, als Trainer und jetzt für die letzten zwei Spiele muss ich mich auf das vorsichtig Positive fokussieren. Und das muss ich jetzt herausheben und muss der Mannschaft diese Sicherheit geben und zu sagen, Leute, vergesst es 1 zu 5. Da sind zwei Tore auf einer Elfmetersituation passiert. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was jetzt gut lief. Und was gut lief, ist die Tatsache, dass wir ein Tor nach einer Ecke geschossen haben, dass Ekiteke zum dritten Mal hintereinander getroffen hat, dass Mahmoud, Taibi, Ekiteke mittlerweile immerhin den Ball ganz gut hin und her spielen können und ein Gefühl füreinander bekommen. Das ist auch, da muss ich reingehen. Dass beispielsweise ein Götze in seiner Varianz, ja, Dennis, ihr habt es gesagt, nicht an sein Leistungsmaximum kommt, wie er es mal war. Tatsächlich aber eine interessante und wichtige Rolle da hat auch in diesem Offensivgebilde für Ekiteke, Mahmoud und Taibi, auch manchmal in der Absicherung präsent ist. Also ich muss diese Kleinigkeiten nehmen und muss darauf aufbauen, weil wir müssen am Ende natürlich auch sagen, dass Gladbach halt kein guter Gegner ist. Und ich muss auch jetzt nicht tun, als wären die komplett krass. Also Seouane hat nur 1,07 Punkte geholt in dieser Saison. Also die haben jetzt 33 Punkte nach 32 Spielen. Die können mit Fug und Recht behaupten, dass die auch genauso hätten weiter unten landen können. Aber weil unten auch alle zu dusselig sind, haben sie sich halt einigermaßen weiter oben platziert, auf Platz 13, was wirklich sausauschlecht für Gladbach ist. Ich muss jetzt keine krasse Angst haben vor dieser Mannschaft. Ich muss nur mich darauf besinnen, was ich denn in der Hinrunde gemacht habe. Und zwar habe ich auch kein gutes Spiel gemacht gegen Gladbach, aber da war ich halt abgezockter. Da habe ich am Ende noch zwei Tore gemacht und dann sind wir zwei Stunden nach Hause gegangen. Das war ja das Heimspiel, wo sich jeder irgendwie die Augen gerieben hat, gedacht, okay, alles klar, was habe ich denn jetzt gesehen? 90 Minuten Scheiße gespielt und dann aber trotzdem die zwei wichtigen Tore gemacht und dann gehen wir heim und freuen uns. Das war für mich so ein kleiner Breakout-Moment, wo ich gedacht habe, so jetzt klappt es und danach war man nicht. Es war halt leider direkt vor Weihnachten und dann war der Break da. Aber trotzdem, in der 90., ich glaube, wer war das? Ich glaube, Buter war mit dem Tor, Koch mit dem Tor. Genau, Koch, ja, 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 ja. Ich glaube ja. Ich kann es ja nicht mit Sicherheit sagen, ich kann aber nachgucken. Genau, und die haben ja überhaupt keine Sicherheit. Vorbereitung jeweils in Kunku. Ja, ja, dann ist es so. Also auch da, dass diese Spiele, die schlechten Spiele kommen und auch wenn wir in der Welt des Internets mittlerweile Leute haben, die überhaupt keinen Fehler mehr tolerieren und so tun, als hätten wir sie selber total makel- und fehlerlos, wo ich immer mal frage, du kannst keinen klaren Satz ins Internet posten, ich denke, dass ein Kunku nur tolle Spiele macht, ja, dann begreift ihr auch mal einen Kopf so, ne? Also da gibt es ja gar keine Reflexion mehr. Das müssen wir jetzt auch mitnehmen. Und das heißt nicht, dass ich jetzt Kunku raus haben will. Warum? Der ist immer noch trotzdem besser vom Potenzial an Max. Einfach weiterarbeiten. Es bringt ja nichts, jetzt zu sagen, okay, jetzt hat er mal schlecht gespielt, jetzt zu sagen, wenn er vom Kopf her cool ist und er gut damit abgeschlossen hat, sollte er wieder spielen. Da spielt ein Tutor wieder, da spielt ein Robert Koch wieder, da spielt ein Pacho wieder, Kevin Trapp ist am Start, ich würde gar nichts, wenn ich nichts machen muss, würde ich nichts an der Aufstellung tun. Weil die zwei Spiele, gibt es den? Und dann schauen wir mal. Und dann hoffentlich, 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 haben wir so oder so Europa festgemacht. Ja, das ist das Einzige, was jetzt geht. Es emotional irgendwie ein Stück weit aufladen. Nochmal, das hat ja jetzt gegen Augsburg auch ganz gut funktioniert. Die positiven Aspekte, wie du es gerade eben getan hast, rausarbeiten, dafür sorgen, dass die Leute, die auf dem Platz stehen müssen, fokussiert sind und den Kopf frei haben und nicht Dinge irgendwie zu sehr überdenken, wie Dennis es gerade eben angesprochen hatte bei der Torschance von Mamouche. Und dann halt einfach dran glauben, dass du dieses Thema dann am Ende des Tages irgendwie hast und dann wäre es halt auch einfach gut. Da jetzt irgendwie die vollen Punkte mitnehmen, dann ist das Thema durch, dann kannst du ganz entspannt in das letzte Spiel gehen und dann ist es auch vollkommen egal, wie die Ergebnisse auf den anderen Plätzen aussehen, dann hast du das Thema halt einfach durch. Klingt vernünftig. Und es ist halt schon einfach nach wie vor, sorry, dass ich das schon wieder sagen muss, aber es ist halt schon wieder einfach maximal absurd. Wir sagen jedes Jahr aufs Neue, dass du eigentlich diese 40 Punkte brauchst, um vom Abstieg irgendwie gerettet zu sein. Jetzt sind wir knapp drüber und haben die Chance, international zu spielen. Also diese Bundesliga-Saison ist echt maximal verwirrend. Ja, ist es. Es ist total verwirrend. Es ist total absurd, auf diese Tabelle zu gucken, die krassen Abstände zu sehen, die Tatsache zu sehen, dass die Eintracht, ich kann nicht so gut rechnen, wie die Eintracht, 39 Punkte Abstand zum Bayer Leverkusen hat. Wie absurd ist das denn? 39 Punkte. Das ist total krank. Und irgendwo habe ich vorhin noch gelesen gehabt, in der Vorbereitung zur Sendung, dass wir aus den letzten zwei Spielen vier Punkte holen müssten, damit wir nicht der schlechteste Sechste seit, glaube ich, 2011 oder sowas sind. Also von der Tabelle her. Also die letzten 13 Jahre waren immer deutlich, dann doch nochmal ein paar Punkte mehr. Und das musst du erst mal hinbekommen, aus den letzten zwei Spielen vier Punkte zu holen. Also bin ich mal gespannt. Auch wenn du in der Tabelle nach unten guckst, Köln steht mit 24 Punkten auf Platz 17 am vorvorletzten Spieltag und sie sind immer noch nicht sicher abgestiegen. Die haben jetzt auch irgendwie ihr fünftes Matchballspiel hintereinander drin, auch weil es da unten halt irgendwie zu nichts kommt. Ja, das stimmt. Also es ist schon, diese Saison ist schon maximal absurd. Gladbach ist auch noch nicht gerettet, oder? Gladbach ist auch noch nicht gerettet, wenn die die letzten beiden Spiele auch noch irgendwie in den Sand setzen. Also rein rechnerisch habe ich die Woche gelernt, könnte es sogar noch sein, dass im schlimmsten Falle, je nachdem wie die Relegation ausgeht, beide Nordrhein-Westfalen-Vereine, Gladbach und Köln noch abschleigen. Die du dann eintauschst gegen Kiel, St. Pauli und ich weiß gar nicht, was der Dritte in der zweiten Liga irgendwie aktuell ist. Kiel geht mir auch schon jetzt auf den Tag. Die geht mir jetzt auch schon. Ja, ja, seitdem das versteht, habe ich auch schon wieder irgendwie... Nervt mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben sowieso schon irgendwie kaum noch Spiele, die man sich angucken will und dann hast du jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, Hoffenheim-Augsburg, Heidenheim gegen Kiel, Bremen gegen Wolfsburg. Es ist halt so bitter, weil ganz ehrlich, ey, was soll das? Weil ganz ehrlich, ich meine natürlich, was heißt, was soll das? Köln ist auch einfach zu beschissen und die in der zweiten Liga mit Hamburg sind einfach zu dusselig. Die will trotzdem sagen, am liebsten wäre mir halt, dass sowas wie Köln absteigt, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ist ultimativ frustrierend. Weil das ist halt eine Mannschaft, da gehe ich immer gerne hin zu den Heimspielen und manchmal auch werde ich dann auch sauer danach, weil wir dann dummerweise verloren haben, weil wir die einzige Verein sind, die geht da gegen die verloren. Aber es ist ein Spiel, mit dem ich was verbinde. Holstein-Kiel, da muss ich jetzt auch nicht so tun, als würde ich das jetzt geil finden. Nee, ich finde es nicht geil. Lass mich in Ruhe damit. Holstein-Kiel, ey, die Zweitliga sieht nächste Saison noch besser aus als die Erste Liga langsam. Also, wenn ich mir da angucke, da kommt jetzt Köln da runter, dann hast du HSV, KSC, Hannover 96, Hertha BSC, fucking Schalke 04, Nürnberg, Kaiserslautern. Wenn Eintracht Braunschweig drin bleibt, hast du die Granaten noch und hast du Magdeburg. Ja, boy, oh boy, dann kannst du natürlich so Gaunervereine wie Kräuter, Fürth, SC Paderborn, kannst du halt auf jeden Fall, ja, kannst du noch einigermaßen, ja, kannst du auch drüber schauen. Aber was wir haben, sind ja lauter Gaunervereine. Ja, ich meine, meine Güte, ja, es spricht auch Bände, dass Heidenheim ohne Probleme die Klasse hält. Ja, weil es spricht Bände, dass auch, ja, das muss man schon sagen, dass Hoffenheim immer noch auf der Acht ist, die auch keine gute Saison spielen. Augsburg, damit verbinde ich auch nichts. Da können wir noch zehn Jahre drüber reden. Das ist auch ein langweiler Lernerverein. Es ist einfach scheiße. Ja. Wenn es richtig hart kommt und Heidenheim in den letzten zwei Spieltagen nochmal Gas gibt, können die im nächsten Jahr sogar die Bundesliga in irgendeinem internationalen Wettbewerb noch vertreten. Soweit sind wir gekommen. Also nichts sportlich gesehen, nichts gegen Heidenheim. Wenn sie das schaffen, haben sie es sportlich schon irgendwie verdient. Aber das ist dann halt auch so der langweiler Stempel in diesem Sammelheft. Ja, leider, leider, leider. Aber genau, das ist wie gesagt, trotzdem ist das ja nicht unser Problem. Unser Problem ist jetzt erstmal Mönchengladbach und da stellt sich die Frage, wie wir das halt gewinnen können. Und wie gesagt, da bleibe ich dabei, die eigenen Stärken, so minimal sie eventuell auch sein mögen, hervorheben und mit der gleichen Mannschaft antreten und dann wirklich daran glauben, dass diese zwei Spiele auch eine gewisse Eigenmotivation einfach vorherrschen ist. Dann ganz ehrlich, überleg mal, es muss doch für jeden Spieler in diesem Verein komplett wichtig sein, sich selber in der nächsten Saison wieder in Europa zu sehen, oder? Auf jeden Fall. Du weißt es ja und wir haben ja da schon die letzten Folgen immer mal drüber gesprochen. Das ist eben ein Schaufenster. Die Berater, glaube ich, die können besser arbeiten, wenn sie jemanden natürlich vertreten, der sich auch international dann präsentieren kann. Marktwertsteigerung und so weiter. Ich glaube, das haben die schon auch alle im Fokus. Es ist ja nicht nur dieses, das ist halt so dieses Traditionelle und der Charme wäre natürlich, wenn sagen wir, oh, ich will hier Eintracht, dass der Eintracht da irgendwie weit kommt und so weiter. Jeder ist da sicherlich selbst auch der Nächste. Trotzdem, alleine aus dem Aspekt, denke ich, dass jeder die Motivation von denen haben, wird da Vollgas zu geben. Plus, und Marvin, da hast du genau am Anfang von deiner Einführung schon das Richtige gesagt, Gladbach ist, wir müssen jetzt nicht tun, als wäre das hier der Übergegner. Die haben gegen Bremen gerade so noch am Ende durch einen Handelfmeter, glaube ich, 2-2 gemacht. Das ist am letzten Wochenende. Dementsprechend müssen wir da jetzt auch nicht sagen, oh Gott, hier und wow, da kommt jetzt der Übergegner. Trotzdem, Gefahr ist eben immer da und wir sind auch prädestiniert dafür, hier nochmal ein bisschen Hilfe zu leisten. Das würde ich gerne am Wochenende nicht sehen. Und ganz wichtig ist, ich glaube, auch das war richtig, was du gesagt hast, Marvin. Lieber jetzt versuchen, die Mannschaft, die jetzt da ist, die wir am Wochenende gesehen haben, nochmal zu stellen. Keine großen Veränderungen, keine Unsicherheiten noch über sowas reinbringen und versuchen, ja, gerne auch wieder ein Standardtor, weil das sah ja zumindest ganz gut aus. Ja, ja, stimme ich euch vollkommen zu. Ich würde jetzt auch die Mannschaft dann laufen lassen. Ich glaube, das hat ganz gut so in Ansätzen funktioniert, wir haben auch die Möglichkeit, nochmal an ein paar Stellen irgendwie nachzulegen und ich habe halt einfach große Hoffnung drauf, dass diese Sturm oder diese Offensive aus Chaiibi, Mamouche und Ekiteke jetzt einfach viel mehr ins Rollen kommt und einfach Ekiteke jetzt zeigt, warum wir ihn verpflichtet haben und einfach in den letzten Spielen einfach weiterhin Tore macht. Ja, die letzten Spiele waren ja, er hat ja, er war ja so ein bisschen der Hoffnungsschimmer. Mamouche ist halt schade, dass er dann auch, er muss ein bisschen schauen, er ist ja normalerweise auch ein cooler Kerl vorne und hat da ja auch echt schon wichtige Tore für uns jetzt gemacht. Wenn das alles beides zusammenkommt, dass die beiden vorne ihre Chancen effizient machen, dann glaube ich, haben wir sehr, sehr gute Chancen. Selbst wenn hinten wieder mal der ein oder andere Fehler mit reinkommt, das ist eben nicht zu vermeiden. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht illusorisch zu sehen, dass das sich jetzt in den letzten zwei Spielen noch groß ändern wird. Aber ja, die Alternative, das wäre ja was, was man noch hätte überlegen können, ist, ob einer von den Spielern wie Larsson oder Knauf dann doch nochmal in die Startelf rückt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, macht es eigentlich keinen Sinn. Denke ich auch. Nee, glaube ich nicht. Also ich würde es jetzt wirklich einfach so lassen. Knauf hat sich einfach auch gezeigt, dass er mit dem Einwechseln irgendwie gut zurechtkommt. Mit Knauf, glaube ich, auch. Und ich würde dann auch so ein bisschen dieser etwas mehr Spielerfahrung, die dann ein Götze und ein Skiri da im Mittelfeld mit sich bringen, der würde ich dann da schon ein bisschen den Vorzug bringen. Ja, gleichzeitig defensiv müssen wir einfach aufpassen auf Hack, der momentan als einer, der ja irgendwie immer noch dauerhafte Aktivposten ist. Also der kann aus, in jeder Situation tatsächlich das Tor treffen. Da müssen wir früh ran. Da müssen wir früh entnerven. Honorar genauso, der zwar weniger Tore macht, aber in den Vorlagen extrem gefährlich ist. Weigl ist ein Kapitän, bei dem wir ja durchaus merken, dass der auch gar nicht, obwohl er Kapitän ist, nicht so unfassbares, krasses Leistungsniveau gerade besitzt, sehr wechselhaft in meinen Augen, den auch früh entnerven. ist der auch, dass der für sich auch nicht diese Sicherheit bekommt. Und hinten ist es tatsächlich so, dass diese Abwehrformationen der Gladbacher ja jetzt wirklich nicht ideal ist. Also Itakura von vielen sehr kritisch gesehen, das ist ja nur ein Einfalltor, wo wir reingehen können. Also die Eintracht muss auf diese eigenen Stärken der Offensive vertrauen, muss den weiteren Aufwärtstrend auch mitnehmen und den halt gegen die bestätigen. Denn gegen die Defensive kannst du mehr als bestehen, da bin ich ganz, ganz sicher. Ja. Ja, du musst halt wirklich einfach früh drauf, die verunsichern, die sind sowieso schon in so einer gewissen Grund für Unsicherung und Nervosität. Da würde ich jetzt auch gar nicht großartig abwarten spielen oder irgendwas, sondern einfach Vollgas drauf, wie du es gerade eben gesagt hast, früh entnerven, zu Fehlern zwingen. Diese Fehler haben sie gemacht, diese Fehler werden sie auch wieder machen. Und dann müssen wir da halt einfach immer wieder nachsetzen. Und dann kannst du die da schon einfach niederringen. Was glaubt ihr denn, und damit kommen wir dann schon wie immer zu unserer letzten Kategorie der Tipps, was glaubt ihr denn, wie dieses Spiel am Samstagabend dann ausgehen wird? Dennis, du stehst hier zuerst in der Liste. Okay, ich sage, es geht 3 zu 1 aus für uns. Was hattest du bei Leverkusen noch mal getippt? Ich frage nur von Freunden. Keine Ahnung, keine Ahnung mehr. Marvin, dein Tipp für Samstag? Das muss ein 3 zu 1 sein. Das wird einfach ein 3 zu 1. Das geht nicht anders. Wir müssen jetzt einfach wirklich mal 3 zu 1 gewinnen und ein bisschen diesen Frust aus der Seele schießen. Und ich nehme natürlich auch ein 3 zu 0. Das ist die realistische Option. Aber lass uns einfach mal auf ein 3 zu 1 gehen und hoffen, dass das eines der letzten Spiele wird in der Saison und das uns plötzlich überzeugt. Es ist ein Wunder, gibt es immer wieder und ihr wisst ja ganz genau, dass ihr hier keine wirklich realistischen Tipps bekommt, sondern meine Wünsche und das ist mein Wunsch. Ja. Ich glaube, die Defensive fängt sich, aber wir werden trotzdem nicht so viele Tore schießen. Von daher wäre mein Tipp, die Eintracht gewinnt 2 zu 0. Und dann können wir ganz entspannt ins letzte Spiel gehen, haben Europa sicher, machen noch ein Heimspiel, wo wir dann hoffentlich auch noch Punkte mitnehmen und dann ja, alle mal kräftig durchatmen und dann muss es in die von uns schon angerissene Analyse gehen und Planung für die nächste Saison. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch mittlerweile wirklich an so einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich bin jetzt einfach froh, wenn diese Bundesliga-Saison rum ist, wenn wir das ohne allzu großen Schaden irgendwie überstanden haben und man dann vernünftig nach vorne gucken kann und dann vielleicht ein bisschen Fußball in der Sommerpause gucken, ohne dass man so hochgradig emotional da eingebunden ist, weil es wird schon langsam echt anstrengend. Ich sage dir eins, die Europameisterschaft steht vor der Tür. Wir werden auf jeden Fall Spaß haben. Es wird cool, ich freue mich drauf. Die EEM im eigenen Land, es gibt coole Spiele. Ich habe jetzt schon endlich auch Karten bekommen, nachdem ich in dieser zweiten Bewerbungsphase jetzt Glück hatte. Viel zu teuer habe ich mir ein Ticket gekauft, das darf niemandem erzählen. Aber es ist mir egal, ich will einfach nochmal ein Spiel in Frankfurt sehen, in der Heimatstadt, da habe ich einfach Bock drauf und das wird gut und dann wird es auch wieder besser und dann haben wir auch wieder Bock drauf. Fakt ist aber auch, dass die Eintracht im Sommer klar ziehen muss, dass es eine Rückholaktion für die Eintracht-Fans geben muss. Das klingt absurd, aber für mich ist es schon immens wichtig, dass man merkt, man kann nicht die ganze Zeit so einen Rumpelfußball spielen und nicht die ganze Zeit so einen emotionslosen Fußball spielen. Denn ja, es wird viel über die Leute gesprochen, die früher aus dem Stadion gehen, da gab es viel Kritik und auch gegenseitiges Bepöbeln. Für mich ist schon auch klar, dass man auch sagen muss, dass die Eintracht in der letzten Zeit halt auch echt keinen großen Anlass geboten hat, um einen an den Sitz zu fesseln. Sie hat ja auch schon die ganze Saison, Marvin. Genau. Und ganz ehrlich, ich meine, wir haben es immer bis zum Schluss geguckt. Aber ich war dann der Schlusspfiff war da und dann bin ich auch gegangen, abgesehen davon, weil ich halt auch Rasenfunk machen musste und wollte. Aber es war trotzdem so, mich hat dann auch nichts mehr da gehalten. Das ist dann halt auch einfach ärgerlich und ich kann auch Leute verstehen und die Eintracht muss dafür sorgen, dass der Fußball ein Busy, ein Busy attraktiver wird. Wir kommen alle aus Zeiten, in denen wir den absoluten Rumpelfußball gesehen haben, aber so ein paar Mühe können schon besser werden. Ja, es muss sich ein bisschen mehr nach Fußball halt irgendwie anfühlen und nicht nach teilweise Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Ja, du hast das ja gemerkt, die zehn Minuten nach dem Anschlusstreffer oder besser gesagt nach dem Ausgleich, da war richtig Stimmung da. Das merkst du mit so einem auch später, wenn du dann einfach diesen Anschlusstreffer dann gemacht hättest. Du hättest ja wirklich dieses Stadion ruckzuck wieder irgendwie da hochfahren können. Das war ja alles da. Du musst halt diese Momente irgendwie kreieren und am Ende des Tages wäre es auch alles total fein gewesen, wie Marvin gesagt hat, wir haben genug Rumpelfußball erlebt. Dann wäre da auch weiterhin eine gute Stimmung gewesen, auch wenn du am Ende was weiß ich, vielleicht 5 zu 3 verloren hättest. Aber wenn du halt einfach gesehen hättest, okay, die sind halt 90 Minuten keinem Zweikampf irgendwie aus dem Weg gegangen und man gab ja der ein oder andere, der auch irgendwie kurz davor war, jetzt nicht unbedingt der Schlägerei aus dem Weg zu gehen, das ist am Ende nicht dazu gekommen, aber den Fight Andrich gegen Etiquette hätte ich schon gern gesehen. Du hättest da ja einfach auch eine Stimmung kreieren können und dann wären da am Ende auch alle Feinden mit gewesen, wenn du das Ding trotzdem verloren hättest, aber wenn du halt einfach irgendwie diese Emotionen gehabt hättest, nur die kommt halt irgendwie nicht so richtig raus gerade. Die ganze Saison halt nicht. Dennis, wolltest du noch sagen? Ja, nee, Marvin, auf jeden Fall, klar. Die mit einer ordentlichen und klar und glaubwürdigen Kommunikation halt auch, dass du halt auch im Sommer erstmal sagst, okay, es gibt Dinge, die nicht gut gelaufen sind, da müssen wir ran und da ist das Spielerische, das Grobe, halt auch wirklich genau das, wo wir reingehen müssen und kein Whitewashing betreiben, egal wie es dann im Endeffekt ausgegangen ist, das ist tatsächlich einfach wichtig und ich muss auch sagen, da sind wir nicht die größten Weltmeister, wir sind auch nicht die größten Weltmeister darin, im Sommer noch mal neu aufzuräumen, neu aufzudecken, was lief gut, was lief nicht gut, wir kennen schlechte Rückrunden tatsächlich, haben wir auch unter Glasner gehabt, also mit dem Europa-Cup-Sieg natürlich übertüncht über alles und das ist auch vollkommen okay, aber da war die Rückrunde natürlich auch schon schlecht, 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 natürlich musst du sagen und das verzeiht ihm auch jeder, das geht ja aus dem nichts Persönliches, aber da war in der Liga ja auch gar nichts mehr zu spüren und da hattest du nur diesen Cup und das war auch vollkommen in Ordnung, weil wir es ja geschafft haben, trotzdem gibt es immer wieder diese Situation, wo du sagst, okay, geht mal ehrlicher mit euch um und akzeptiert aber auch, wenn Dinge kritisiert werden und nicht gut gefunden werden, das fehlt mir so ein bisschen, das war ja zuletzt das, wo ich das Gefühl hatte, dass wenn Glasner mal offene Kritik angesprochen hat und er hat ja selber auch einiges falsch gemacht, dass er aber Kritik von innen, nach innen, vielleicht aber dann auch nach außen geäußert hat, nicht so wirklich gut gesehen wurde, gern gesehen wurde, also ich glaube, da muss man halt irgendwie eine andere Fehlerkultur halt auch finden, also es sind einige Punkte, aber noch können wir auf hohem Ross darüber reden, dennoch sieht es gut aus mit Europa. Ja, ja. Ja, da gebe ich dir, da gebe ich dir recht. So, und ich glaube, damit schließen wir dann diese, dieses, diese kleine Therapiesitzung für diese Woche ab. Das war dann doch tatsächlich mal, wie wir es uns öfters vorgenommen haben, die etwas kürzere Folge, bitte seht uns das nach, aber wir sind auch gerade echt alle irgendwie ein bisschen arg müde und von daher, und wir haben auch zusätzlich das Gefühl, dass wir das ein oder andere schon irgendwie fünfmal besprochen haben und es sich dann irgendwie auch einfach nur irgendwann wiederholt. Von daher, ja, belassen wir es jetzt dabei und, ja, sprechen dann. Ich finde es kurz und knackig. Genau, sprechen in der nächsten Woche wieder und losen dann in der nächsten Woche auch die Gewinner unserer kleinen Panini-Verlosung aus. Da nochmal vielen herzlichen Dank an die Firma Panini für die Kooperation. Ja, und wenn ihr noch die Möglichkeit habt, da irgendwie eins von den drei Heften zu gewinnen inklusive der Stickerbox, dann schreibt uns einen Kommentar, schickt uns eine E-Mail oder eine Antwort auf den Social Media mit dem Hashtag Panini und eurer schönsten Erinnerung und dann losen wir in der nächsten Woche aus und werden die eine oder andere Geschichte hier vielleicht auch mal kurz erwähnen und ein bisschen drüber sprechen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderbare Restwoche, ein hoffentlich erfolgreiches und angenehmes Fußballwochenende allen denen, die nach Gladbach fahren, eine wunderbare Auswärtsfahrt und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut! Tschö! Tschö! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.